Andis Anekdotenkalender. Der Heimo Pfeifenberg hat es gefraßt. Jetzt erzähle ich euch eine Anekdote am 15. Dezember, die für mich war vielleicht 15 Minuten, aber für mich ist eine Ewigkeit vorgekommen. 1990 Weltmeisterschaft in Italien. Wir haben leider nur einen Sieg gehabt, zwei Niederlagen, aber beim letzten Spiel der ganzen Weltmeisterschaft hat sich für uns das Weiterkommen noch entscheiden können, wenn Südkorea gegen Paraguay unentschieden spielt und es ist bis zur letzten Minute unentschieden gestanden und dann hat der Fonseca das Siegestor für Uruquay geschossen. Wir sind leider ausgeschieden. Uruquay ist weitergekommen und dann haben wir eine Besprechung gehabt und da waren alle total traurig, brauchen wir nicht drüber reden. Und der Josef Hickersberger sagt in der Besprechung zu uns, so Burschen, das Abenteuer Weltmeisterschaft ist für uns leider beendet und hat halt noch weiter gesprochen und was halt alles noch dazugehört. Und dann hat er gesagt, aber wir können ja heute Abend noch in die Stadt reinfahren und gehen noch essen und dann habt ihr einen Abend zur freien Verfügung. Dann war ein schöner Abend mit der Mannschaft, also schön war er nicht, weil wir sind ja ausgeschieden, aber es war trotzdem noch ein gemütliches Besammensein. Und dann sind wir schon im Bus gesessen und wollten Heim fahren. Und auf einmal sagt der Heimo und der Roskurdl, na geh, kommts, gehen wir noch irgendwo in eine Bar, gehen wir noch eine Kleinigkeit trinken. Und dann haben wir uns halt überreden lassen, Kurt, Ros und ich, Heimo Pfeifenberger, wir waren zu dritt. Und die Vorgeschichte ist, genau zu dieser Zeit war der Publikumsliebling zu der Zeit der beste Spieler in Italien, bei Fiorentina, bei Florenz, der Roberto Baggio. Und ist genau zu dieser Zeit zu Juventus Turin gewechselt. Und wir sind da in einem Lokal drinnen und die Italiener, die da drinnen waren, haben gemerkt, dass wir Österreicher sind und haben uns halt ein bisschen verarschen wollen, weil wir ausgeschieden sind. Und dann hat der Heimo Pfeifenberger die super Idee gehabt und hat mitten in dem Lokal zum Singen angefangen. Juve, Furza, Juve. Und dann ist schon gegangen, bang, bang, hat er von hinten die Pfotzen gekriegt, haben sie ihn vom Bar hochgehauen gehabt. Der Heimo ist aufgestanden, ist aus der Bar rausgelaufen. Ich muss ehrlich sagen, ich hab's gar nicht richtig mitbekommen, weil so wie ich halt bin, ich hab zwei so, gerade zwei so kleine, schöne Vanillekropfeln bestellt gehabt, so leckere. Und hab die gerade gekriegt und hab nur so auf die Seiten geschaut und hab gesehen, wie der Heimo gerade die Tätschen gekriegt und rennt aus an der Bar und ich nehm die Kropfen und geh halt so langsam hinterher und der Rußkurdl rennt los und haut den einen Italiener von hinten zwei gestreckte genau aufs Kinn und sprintet auch weiter. Also der Heimo Pfeifenberger war schon weg, der Kurdl ist losgesprintet, nur ich Trottl bin halt mit den zwei Vanillekropfen gestanden und zehn Italiener drinnen und die haben sich halt umgetraut und wollten sich an mir rächen. Ich hab die Krapfen weggeschmissen, das tut mir heute noch weh. Die Krapfen weggeschmissen, bin auch losgesprintet über die Straßen, hinter denen her, nächstes Problem, Pfeifenberger, Kurt Roos, waren die zwei besten Läufer in der österreichischen Nationalmannschaft. Ich renn hinterher, schrei, Hilfe, Hilfe, Heimo, Kurtl, warte auf mich, Hilfe. Die zwei Drecksäcke haben natürlich nicht gewohrt, die sind losgerannt, losgerannt. Das war so gerade Dämmerung, fünf, sechs in der Früh und immer, wenn sie sich umgetraut haben, haben sie gesehen, es rennt einer hinterher. Die Trottl haben glaubt, dass verfolgt werden, dabei weiß ich. Und ich hab noch immer gesagt, Hilfe, warte auf mich. Und so ungefähr nach einem Kilometer hab ich sie eingeholt oder sind stehenbleiben und ich hab gesagt, na seid ihr steppert, warum wart ihr nicht auf mich? Nein, mein Herzl, hat der Kurtl gesagt, mein Herzl, war eh nichts passiert, wir wären nicht zurückgekommen und hätten dir geholfen. Hab ich gesagt, ja, die Angst habe ich auch. Und in dem Moment sehen wir, dass vor den, das war so eine richtige lange Straße, drehen wir uns noch einmal um, sehen wir, dass da ein Taxi stehen bleibt vor der Bar und steigt wer ein und das Taxi fährt los. Ruskordl, Pfeifenberger, sofort wieder losgesprintet. Ich hab ihn nicht mehr gekannt, wir waren in so einem kleinen Park. Ich hab mich nur hinter dem Gebüsch geholt, hab mich hingelegt, wollte mich verstecken und hab mir gedacht, nein, ich renne jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und in dem Moment bleibt das Taxi genau vor mir stehen und ich mir dachte, nein, jetzt steigen die aus, wahrscheinlich mit Baseballschläger, verprügeln mich da hinten und jetzt ist es vorbei. Und in dem Moment höre ich zwei österreichische Stimmen und sage, wo seid ihr? Waren da auch zwei österreichische Fans in der Bar drinnen und wollten uns halt nachfahren und ich hab gesehen, dass die Österreicher sind außen gebüscht, drüber kraxelt, wieder eine ins Taxi, Schnapperlaube, fahren wir los, sagen die, na, was ist mit den anderen zwei, sag ich, die zwei Trotteln können eh schnell rennen, die lassen wir jetzt einmal aufklären, jetzt bin ich sicher. Das war leider die Geschichte. Ende gut, alles gut, also wir haben nichts, wir sind ausgeschieden, das war nicht gut, aber zum Glück sind wir nicht verprügelt worden. Das einzige Dilemma, ich weiß bis heute nicht, wie die zwei Vanillekrapfen geschmeckt hätten. Andis Anekdotenkalender, jeden Tag eine neue Episode auf meinen Social Media Kanälen.